Hallo und herzlich Willkommen zu neuer Let's Play mit mir und der Michael und der Battlefield 2, Bad Company. Ja sie, sie, sie. Wir haben wieder vor, ein bisschen rumzunuben. Nein, Michael. Ja. Es nicht drauf haben, ne, das, ne. Haben wir schon alle den anderen Parts gesehen. Ja, ja. Ja. Oh, gute Map. Oh, ich muss mich hier erst anmelden, wa? Oh mein Gott. Was ist los? Versager. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie haben meinen vollen Namen gesehen. Oh mein Gott. Oh nein. Äh. Ja, ist richtig. Cheater werden gebannt. Warum das denn? Was wird gebannt? Cheater? Ja. Das kann ich überhaupt nicht wechseln. Ich auch nicht. Wurdest du gerade gelöscht? Nein. Gebannt? Nein. Oh, ich hab gerade wieder einen getötet. Oh, meine Statistik ist so gut. Haha. Hast du einen Server? Ich bin schon lange drauf, Junge. Ach du Arsch. Ich bin einfach der Beste. Ich bin einfach der Beste. Ja, so sind meine Freunde, ne? Die sind sofort weg. Oh mein Gott. Da looptübt mich einer. Wie? Wie im Fahnenkreuz? Wie im Fahnenkreuz? Also, ich hab da Fahnenkreuz stehen gehabt. Okay, dann muss ich nochmal runter vom Schlafen machen. Nein. Jetzt bin ich... Ein kleines Einspielungsründchen können wir ja machen. Okay. Okay. Ach, Themenbeschufs Ranglistenspiel. Ey, so schnell kann ich nicht lesen. Oh, ich hab gar keine Zeit angestellt. Ha! Haha. Mach ich mit der Zeit, ne? Ja, ja. Bin ich bei dir? Du wirst ein bisschen fest hier merken. Haha. Gott, ja. Ich bin nicht bei dir. Geh mal auf Charlie Squad. Nein, ich muss dich vernichten. Okay, okay. Du willst Stress mit Familie? Du willst Stress die ganze haben. So, äh. Alle mit Granate. 13 Minuten nehmen wir's. Dann dann klingelt mein Handy. So, gut, äh. Das Handy ist runtergefallen. Und ich bin nicht gekommen, falls du gedacht. Bro, wir sind alle Sachen bei mir. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich nicht. Mein komisches, ne? Ne? Mein Medikett da. So. So. Oh, es hat gerade erst angefangen. Ah, ich fall den Berg runter. Oh. Oh, wo bin ich? Bin ich verlaufen. Ich kling. What the fuck? Niemals. Du cheatest. Ich wollte der eigentlich mehr sagen. Ich habe schon den ersten Kill. Ich kann eigentlich mal meine neue Maus benutzen. Die ist auch andere nebelig. Ja, aber die ist cool, die Map. Die ist besser als die andere. Die andere ist so... Ey, irgendwo werde ich ansonsten von dieser scheiß MG3 geholt. Und ich weiß nicht, wo die steht, man. Hä? Hä? Hast du mich erschro... Alter, sind die Noob-Tuber? Ja, man. Toll. Digga, digga, du kleiner Wichspimmel. Wer war das? Du kleiner Wichspimmel. Herrbisch ist nur... Sniper-Nubis? Oh mein Gott, mein Kumpel ist in Gefahr! Ich steh dir bei! Hey! Ja, ist klar, Alter. Da unten sind welche... Tupi, 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 tupi. Okay. Die campen einfach nur. Die machen gar nichts. Also unsere nicht. Aber typisch Battlefield. Ah, du! Chuyo! Nech, mich hat alles nur Chuyos. Cool. Oh, ich hab ne neue Waffe gekriegt. Biss in nem Clan oder so? In Vale? Was bedeutet das? Überall sind da hier auch keine Ahnung was steht. Alter, was macht ihr hier? Muss ich euch jetzt killen? Ihr Weicheier? Ach, ihr seid... Das ist lächerlich. Also ich finde, es macht ja nicht Spaß... Leuten zuzugucken, die ja einfach eine ganze Zeit irgendwo rumstehen. Ich hab den Emigreterei-Shoot erwischt. Ah, fuck. Tupi, 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 tupi. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Nooptume, Leute, ist mein Stil. Gar nicht schwer. Feuerwehr. Oh. Boom. Serie... Waffert Serie mit 5 Kills? Das stimmt gar nicht. Was? You're lying! Oh. Ja, gut, ich... Hier ist es ein bisschen langweilig. Also hat doch keinen Vorankotts, ne? Nein. Das kam nur so rüber. Ja, hab ich dir noch nicht erzählt, Heike, dass ich eine neue Maus hab? Nein. Die Verpackung liegt hier irgendwo. Ach, da ist sie. Das ist die... Eine Logitech. Das für eine? Ja, keine Ahnung. Ah, hier war einer! Danke, Kumpel! So, ich bin tot jetzt. Renn ich schnell zur Maus hin. Das ist die Logitech... Das ist die Logitech Optical Gaming Maus G400. Für 30 Euro oder so. Damals. Damals. Also damals, das war letztes Wochenende, glaub ich. Ach, ich bin so schlecht. Das ist so... Was? Nein, Michel, bist du das? Willst du mich wieder in die Luft? Würde ich nie tun. Renn raus! Kamikaze Jäger! Ja, Granata! Wodka, Wodka! Ich hab noch nicht einen Gegner von vorne gesehen, ne? Die haben mich alle anal gefühlt. Ich hab grad ohne zu zielen geschossen. Boah! Ja, so ein harter Kerl bin ich, Alter. Wir wollen so, dass du gehörst! Oh, wir brauchen einer! Und schon wieder hinter mir! Kommen wir immer von hinten bei dir. Dili, 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 dili! Schnell weg hier! Aaaaaaah! Und Bunnyhop! Die wird mal ein Looptuber. Eigentlich kann man in die Gebäude reinheuern. Kann sein ein bisschen, ne? Das ist ne falsche Ratte! Tchuuu! Ich mach sowas nie! Kann man durch die Scheibe irgendwas sehen? Aaaaaah! 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 Ach du bist das nur! Ein Kumpel! Ich sollte mal öfter auf die Minimap! Ach, hier gibt's gar keine Minimap! Ich hab schon ein bisschen neues Online-Spiel wiedergefunden. Was ich mit paar Klassenkameranen... Ich bin alleine! Klassenkameranen gezockt hab! Ich bin alleine in mein Team! Ja, jetzt wirst du richtig gefestet von mir! Nein! Von hinten aber! So wie du es gewohnt bist! Ach du Scheiße! Ja! Hallo! Ups! Haps! Haps! Granataposlav! Was heißt das? Ah! Fu 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 fu! Warst du das? Granat heißt das? Nein! Wie komm ich hier am besten raus? Ich bin irgendwie in einem Gebäude drinnen, die voll kaputt sind. Ja, ich grad auch! Boah! Das liegt auch daran, dass... Ha! Du Wixxkind! Dich hab ich gekriegt! Du kubel! Ah! Muss man auch sagen, dass ich ziemlich nen Schweingrad hatte, ey! Aber richtig! Ne, aber ich will ja auch mal nen Level abkommen, ne? Du bist bestimmt schon zwei, ne? Ja... Kleines Arschloch, du! Kleine Drecksau! Du Nazi-Sau! Ah! Puh! Da stand jemand am Fenster! Hä? Wir haben uns aber auch noch gar nicht getroffen, ne? Doch! Du hast mich getötet schon einmal von hinten! Echt? Ah! Ich sag doch, ich feste dich von hinten! Hehehe! So! Neues Glück! Neues Spiel! Ne gar nicht, neues Spiel! Neues Glück! Ach! Ist ja auch egal! Die, 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 die! Die, die, die! Ich hab es gesehen! Ach! Fuh, 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 Fuh! Ah! Ich hab irgendwas freigespielt! Was?! er hockt immer noch im haus du hast mir hast du mich nee du bist gerade gestorben kein bisschen nicht einen schritt bewegen die sich ach ich habe eine neue waffe feuerrat schaden weniger feuer mehr verraten und ich finde feuerrat hat die waffe genug die beiden immer weiter was mache ich das gefecht gleich gestartet und schon ein erschossen Mann der Klassiker der dachte wohl ich habe ihn nicht gesehen warst du das gerade hast du Gottes hause ich glaube aber sicher an die ok hast du den baum umgegrauen der baum was hast du mit Absicht gemacht war doch einer ja die Blätter sind blau bei mir wurdest du gerade von der Granate beschossen ja gut dann warst du bei dem Gebäude wo ich gerade nebenstand nein willst du auf dem Dach bohnen nein hast du gerade die grau nein Alter entweder bin ich heute ziemlich gut oder die versauen heute hier alles nur ich glaube eher dass die es heute alle nur versauen denn ich bin ja nicht gut mit mir nein nein ich weiß nicht ich bin irgendwie unter beschloss von Granatenwerfern ja siehste die wollen den besten kalt machen ich bin jetzt in dem Haus wo du eben drin warst also ich denke mal dass das das Haus war ah bist du jetzt in dem Haus oder nur bist du gerade aufwommen da ist der michel ne komm her keine falsche Scheu bist du das ich wusste dass mein Team-Screen da lang läuft haha hihihi der hat dich gerade richtig gepistet ich habe eigentlich immer nur deine verkackten Schiffe abgekriegt nein ach Juge scheiße ich wollte gerade wieder ein bisschen rumclimbing kannst auch gar nicht mehr bist du das gewesen du Wichser du Wichser du NoobTuber noch eins ja nein du hast nicht meinen Kumpel gerade erschossen oder doch ich bin alleine ich bin die Natur ich muss nur dran glauben dann sieht mich auch keiner warte du bist hier runter gerannt du Penner du musst hier noch irgendwo rumlaufen nein doch oder bist du gestorben nein mann der Baum ist bei mir blau Blaublüter wortspiel wir senken das Niveau Michael oh oh du was warst du das ich hab's mir gedacht als dann auf einmal es explodiert hat dachte ich mir dieser Schweinehund jetzt wechsle ich die Waffe die ist vielleicht schlechter aber ich nehme sie mir jetzt einfach so jetzt kommt die Rache jetzt kommt die große Rache der Wichser der lässt sich nicht auf mir sitzen das war MEIN läufst du wirklich ganze Zeit mit der Waffe rum das gibt's nicht echt nicht ok die Waffe ist echt scheiße sie verzieht ziemlich kacke auch aber es hat auch nichts mit der Feuerrate zu tun ich bin einfach ein kleiner Nubinu Nubinu Granato das kann mein Kumpel da oben erwischen oh ne das warst du gar nicht oh hab ich grad Punkte bekommen aber die alle Nubetuben da das ist doch voll der Beschiss alle wirklich alle außer ich tun musst mir gar nicht unter die Augen ne tötet hier gerade alle ich hab sogar deinen Freund getötet den Sniper was special Geheimweg ja nein pfuh ich muss mir im Schnitt machen bis gleich serviert bei bis 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 bis